Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf unserem Kanal sofort und gleich. Hey Leute, Epic Games hat uns in das Supporter-Creator-Programm aufgenommen und nun haben wir unseren eigenen Creator-Code. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann klickt im Itemshop unten rechts in der Ecke auf Supporter-Creator, klickt dann auf Annehmen und schon unterstützt ihr uns kostenlos. Denkt daran, dass ihr alle zwei Wochen den Creator-Code neu antragen müsst und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Wir gehen in einem Shop vom 25.08.2019 und wir haben heute mal wieder einen neuen Skin und eine neue Picke und zu dem Skin haben wir auch ein Gameplay und eine neue Lackierung. Also wir fangen mal an mit der Freestylerin, die hatten wir ja schon gestern im Shop gehabt, das war ja gestern deren neue Skin und die hat eine Benotung von 2,83 von 5 bei 12 vor zum ersten Mal gestern im Shop gewesen und 12 Reminders. Gameplay von ihr oben rechts in der Ecke verliehen. Also wir machen weiter mit dem Extraterrestrial, keine Ahnung. Mega cooles Teil. Kriegt von mir 9 von 10, für 500 Rebabs. Ja, 9 von 10 von mir kriegt er 10 von 10, ganz klar. 4 um 1, 7 von 5, bei 29 Worts, meistens mal am 8. Juni zu los, 19 im Shop gewesen, seit dem 5 mal um 42 Reminders. Kommen wir zum tiefen Depp oder die für, der diepe Depp. Diepe Depp, die Leute, damals an was du dir erinnerst, wie viel gibt's denn dem? So, ich geb dem tiefen Depp, ähm, ja, 5 von 10, 6 von 10. 6 von 10. 2,68 von 5 bei 19 Worts, meistens mal am 20. Juni 2019 im Shop gewesen, seit dem 4 mal um 21 Miners. Also wir haben das Video am 20. Juni hochgeladen. Dann kommen wir zum Bracer. 3 mal 7 von 5 bei 13 Worts, meistens mal am 29. Oktober 2018 im Shop gewesen, seit dem 6 mal um 27 Reminders. Dann kommen wir zu... Was war noch mit dem Wehrwolf? Machen wir doch mal hier erstmal das hier. Ja, einfach mal durchklicken alles. Major Laser, haben wir schon bewertet. Video ist jetzt oben in der Infocard verlinkt. Major Laser 3 von 5 bei 21 Worts, meistens mal am 23. August 2019 im Shop gewesen, seit dem 1, äh, 3 mal und 1 Reminder. Äh, hier, ja, Laser Flex, dafür gibt es keine Benotung. Laser X, die Laser X hat eine Benotung von 4,155 bei 13 Worts und 1 Reminder. Äh, Laser Feed, das ist ein Laser Blaster, das heißt irgendwie, wie heißt es mal, Laser Blast. Äh, 4,185 bei 22 Worts und 3 Reminders. Standardstimmung, Default Vibe heißt 4,075 bei 14 Worts und 1 Reminder. Und Standardfeuer, Standardfeuer hat eine Benotung von 3,5 von 5 bei 14 Worts und 1 Reminder. Ich vermute, also ich hab heute schon zu Herrn sofort gesagt, ich habe eine Vermutung. Es gab damals dieses Marshmallow Event und Major Laser ist ja, wie gesagt, sehr, ein sehr bekannter, ähm, Musiker. Und ich, da ist jetzt schon der dritte Tag drin. Ist jetzt schon den dritten Tag drin in Folge und ich vermute, dass irgendwann da auch noch ein Event kommt. Müssten wir uns mal informieren. Wenn ihr was wisst, schreibt es in die Kommentare, bitte. Jetzt kommen wir zu, ähm, ewigen Nullpunkt. Ja, äh, sag mal, was hast du vorhin, äh, was war vorhin deine Meinung dazu? Ja, also ich muss sagen, sie sieht halt geil aus, ist ja klar. Summe nochmal bitte ran an das Teil. Aber was ist denn das? Ist diese komische Mic, oh Gott. Ja, den sind wir, summe an das Teil bitte jeweils ran. Ja, mach ich gleich. Ja, also ich sag's mal so, dieses Ding wird mich Kiere machen, absolut, nach der Zeit. Aber, uh, aber von hier sieht's echt geil aus. Das sieht schon geil aus. Ich, komm, ey, ganz ehrlich, ich geb den 10 von 10. Ja, ich geb dem auch 10 von 10. Das ist geil, das ist geil gemacht. Ewiger Nullpunkt, 10 von 10. 5 von 5 bei 4 Votes, 32 Nummern lassen. Sternschlag? Sternschlag, diese neue Picke, die sieht schon ziemlich geil aus. 10 von 10, also sorry, das ist geil. Dreh die mal ein bisschen. Sorry, aber das ist einfach geil. Das Ding ist mega geil, ja, ähm, sehr echt geil aus. 10 von 10, auch von meiner Seite. Dann hat eine Bewertung von, ähm, 3 mal 2 von 5 bei 5 Votes und eine Nummer meiner. Äh, Unendlichkeit. Okay, zum letzten Item dieses Shops heißt, ähm, ja, wie viel gibst du dem? Also, ich geb den 10 von 10, sorry, aber das ist einfach geil. Zoom erstmal ran, das ist ja ein bisschen, vorne erstmal, bitte zeig mal vorne diesen Rift erstmal, der Rift, der drin ist. In dem, dieser, dieser Riss, sorry, der ist geil. Oben der Kopf, oh, hinten das Backpack ist auch geil. Alles ist geil an dem. Dreh den nochmal, auch mal ohne Backpack. So, ah, okay, und jetzt mal bitte mit Backpack. Ich möchte es mir nochmal 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 angucken. Geh mal ran, zoom mal an das Backpack. Geh mal ran, bitte. Oh, das sind so kleine Splitter. Das ist schon geil, ne? Klick von mir 10 von 10. Schon geil, ne? Ja, das Teil ist auf jeden Fall mega geil. Geht von mir auch 10 von 10. Haben wir übrigens auch ein Gameplay dazu, also 15 Vibachs-Kostlister. Ein Gameplay dazu, oben in der rechten Ecke verlinkt. Ja, wenn es euch interessiert, könnt ihr euch gerne anschauen. 4,185 bei 11 Votes und 3 Reminders. So, jetzt bewerben wir den einen Shop. Ich weiß heute, was ich gebe. Love it. Es ist einfach ein geiler Shop heute. Es ist ein geiler Shop, oder? Oder wie viel gibt es? Ich gebe dem auch ein Love it. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert unseren Kanal kostenlos. Use unseren Support, create a code, zur Verfügung, gleich TTV. Bis dahin, haut rein und tschüss.